Mein Name ist Fabio Stahl und ich mache die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ich bin in der Kfz-Abteilung eingesetzt und instandteile die ganzen Stablauen, Brandlader, also eigentlich alle fahrenden Maschinen hier im Werk. Ich habe da eigentlich recht einfach angefangen, weil ich im Internet das Recht der Schirte habe, über den Beruf der Land- und Baumaschinenmechatronikas. Und dann hatte ich ein Stellenangebot der Firma Egger gefunden, dann auch daraufhin bei der Firma Egger geworben und hat alles erlaufen. Die Firma Egger ist ein familiengefülltes Unternehmen, welches sehr mitarbeiterfreundlich arbeitet. Zudem wurde ich von Anfang an meiner Berufsausbildung sehr gut optimiert. Da gibt es sehr viele bei der Firma Egger zum Beispiel als Fahrtgeld für die Azubis, um zur Firma zu kommen. Und ich muss Ticket und Ähnliches holen. Zudem werden alle Bücher in der Schule von der Firma Egger gestellt. Und außerdem haben wir noch viele Rabatte im liegenden Unternehmen. Das auf jeden Fall, wenn ich meine Berufsausbildung abgeschlossen habe, denke ich mir schon, dass ich hier erst mal noch einige Jahre arbeite. Weil es ja einfach ein schönes Arbeitsklima ist und einfach Spaß macht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020